Hallo Halli und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Andi klotzt rein unboxing und mehr ja und heute wahrscheinlich auch nicht ganz so lange wie die letzten Parts weil wir heute natürlich hier zwar was anschauen aber das dürfte nicht allzu lange dauern ja was schauen wir uns denn an wir schauen uns dieses kleine Päckchen an erworben habe ich dieses Päckchen auf schöne uhren.de ein anbieter für uhren wie man vom namen hören kann und das heißt darin befindet sich auch eine uhr im übrigen kann ich diesen verkäufer tatsächlich auch wirklich empfehlen da gibt es immer mal schöne uhrenangebote tagesangebote wochenangebote monatsangebote ihr bekommt da auch modelle die vielleicht nicht unbedingt woanders so gut in diversen versionen bekommt und auch wirklich für faire preise das sei vielleicht nur mal am rande gesagt dazu aber später noch mal mehr was jetzt das modell hier gekostet hat und was das für ein modell ist vorher vielleicht mal warum überhaupt eine neue uhr ich habe ja hier eine an ganz einfach ich zeige euch die mal das ist eine casio funkarmbanduhr betrieben mit solartechnologie allerdings die läuft zwar noch kann man am sekundenzeiger hoffentlich erkennen allerdings läuft die ja 20 minuten nach ich weiß nicht woran es liegt das ist mir jetzt letztlich auch egal ich habe mir jetzt hier diese neue uhr bestellt die werde ich gleich auspacken und die kommt dann ja zum alteisen oder ähnliches was ist das jetzt hier das ist eine diver diver bedeutet taucheruhr also eine wirklich sehr schöne uhr auch vom vom design her wie ich finde hersteller sind in diesem fall orient orient ist vielleicht nicht unbedingt die bekannteste marke gerade in deutschland in amerika vielleicht schon eher es gibt auch auf youtube nicht wirklich viele deutsche videos die mal so eine uhr vorstellen oder zeigen und deswegen dachte ich mir okay das wäre doch mal was um vielleicht auch mal ein deutsches video zu zeigen oder vielleicht doch speziell zu diesem modell mal was zu zeigen auf deutsch was ist es für ein modell es ist die orient ray 2 also die version 2 dieser uhr es gab schon mal da eine ray 1 die ist noch mal ein bisschen verbessert worden die hat noch ein besseres uhrwerk verbaut hat ein blaues ziffernblatt also es ist eigentlich die blu ray wenn man so will und zusätzlich ist in diesem umschlag hier auch noch ein separates nato armband mit integriert sage ich mal das kann ich dann dementsprechend gegen das edelstahl armband was standardmäßig zur uhr gehört dann austauschen ja ich würde sagen wir schauen uns die mal an packen die mal aus ich werde die da natürlich erst mal stellen müssen etc bevor ich weitermache aber ich möchte euch die ganz gerne erst mal zeigen jetzt muss ich mal gucken wo das hier aufgeht es ist im übrigen eine automatik uhr das heißt diese uhr läuft weder über batterie noch über solartechnik sondern die muss man aufziehen also ihr könnt jetzt nicht sagen gut okay ich ziehe mir die einmal auf und dann geht die permanent richtig sondern es ist einfach die sache dass ihr diese uhr natürlich immer mal wieder neu aufziehen müsst die hat zusätzlich zum normalen ich sag jetzt mal aufzugmechanismus über handbewegung hat die zusätzlich noch ein handaufzug dann dreht ihr praktisch an der krone und dann könnt ihr die uhr immer mal wieder aufziehen oder nachziehen auch nach einem tag oder zwei tagen je nachdem es gibt auch modelle die tatsächlich über ja was weiß ich 20 sekunden pro tag an zeit einbüßen und es gibt uhren die büßen vielleicht mal ein bis zwei sekunden im idealfall pro tag ein das kommt halt immer auf die entsprechende uhr an bei ihr soll es tatsächlich so sein dass die sehr wenig am tag verliert es kann natürlich auch mal sein dass es ein bisschen mehr es kommt wahrscheinlich auch darauf an wie die uhr letztlich vom werk her eingestellt ist ich würde mal sagen ich ziehe jetzt erstmal hier meine alte uhr aus die stört mich nämlich gerade etwas so und man hat schon gesehen also sehr schön stabil verpackt ja war auch noch mal in einem separaten umschlag drin gewesen das war natürlich jetzt nicht so zugeschickt wie ihr das eben gesehen habt sondern war noch mal in der umverpackung drin also wirklich auch sehr gut verpackt gewesen wir haben jetzt hier auf der einen seite erst mal vielleicht vorweg gesagt das nato armband ich hole das mal gerade aus der tüte raus um euch das erst mal zu zeigen so vielleicht mal gerade zeigen was da noch drauf steht nato nylon in schwarz größe also das ist die bandbreite 22 mm und die artikelnummer kostenpunkt liegt bei 5 euro 30 und das ganze würde jetzt so aussehen ja ist auch nun wirklich schöne qualität ich hoffe mal ich kann es hier einigermaßen mit der kamera einfangen wäre ganz schön so sieht das ganze aus fühlt sich auch wirklich sehr hochwertig an so das lege ich erst mal zur seite das brauchen wir jetzt erst mal nicht kann auch erst mal weg und dann gucken wir uns mal hier die schachtel der orient uhr an das ist erst mal nur eine ganz simple weise schachtel mit einem glänzenden schriftzug wo tatsächlich auch orient steht ja also das ist so ein glanz material simpel gehalten aber wie ich finde schon schöne schächtelchen das mache ich mal eben auf und hole erst mal die uhren box raus weil ihr bekommt hier auch zusätzlich zur uhr auch eine entsprechende uhren box und die ist wiederum wie ich finde sehr schön da haben wir ein glänzendes material schwarzer schriftzug fühlt sich sehr hochwertig an hier noch mal so kleine schräubchen ist auch ganz in schwarz gehalten fühlt sich ja fühlt sich wirklich sehr schön an gefällt mir vom material her ich weiß gar nicht ist das gummiert könnte gummiert sein sicher bin ich mir allerdings nicht so und jetzt würde ich sagen wir machen das ganze mal so dass ich jetzt erst mal schaue dass ich meine kamera ein bisschen anders justiere von oben weg dann sieht man vielleicht die uhr besser das heißt ich schalte mal ganz kurz ab und schalte gleich wieder ein werfen wir doch jetzt noch einen blick von oben auf die schachtel und wie die denn öffnen geht bin mal gespannt ich denke mal dass die klappe ist ich versuche jetzt erstmal hochzuziehen den deckel nein also er geht nur hier vorne nach oben das heißt es ist tatsächlich eine klappschachtel was haben wir denn da ein heftchen was ist denn das für ein heftchen das ist ein wahrscheinlich bedienen häftchen holen wir das mal raus ach das sind sogar zwei heftchen ok so da haben wir zum einen mechanical watch automatik hand winding mechanism also mit handaufzug das ist dann wohl die bedienungsanleitung und was haben wir hier wahrscheinlich garantie kärtchen ja das ist das garantie kärtchen das legen wir mal zur seite und da sieht man jetzt auch die uhr gucken kann ich da ein bisschen ran so ein bisschen rüber schieben so sieht die uhr aus man kann jetzt hier auch schon ganz schön erkennen die blautöne mittendrin sieht jetzt aus als wäre es eine mischung aus schwarz und blauem ziffernblatt aber es ist tatsächlich je nach lichteinfall anders ich mache mal gerade hier die tischlampe an da sieht schon wieder ein bisschen anders aus ich denke mal je nachdem wie ich jetzt die uhr drehe verändert sich die farbe dann auch hier kann man es ganz gut sehen ja also dementsprechend wie das licht aufs ziffernblatt fällt wird das dann mehr blau oder mehr schwarz fand ich persönlich wirklich schon mal schöner als ein reines schwarzes ziffernblatt es gibt von dieser uhr noch ein ähnliches modell das nennt sich meiko beziehungsweise meiko 2 bei dieser ausführung der uhr und die meiko hat im prinzip hier oben bei 12 uhr bei 9 uhr und bei 6 uhr noch mal eine zahl stehen statt hier diesem einfachen index strich und hat glaube ich auch ein bisschen andere zeiger und auf der lünette die ist auch ähnlich sind die zahlen also hier zum beispiel die zahl ist da ein bisschen kleiner also es ist wirkt im prinzip ziemlich ähnlich es ist natürlich die auffassung dem einen gefällt das besser dem anderen das ich fand halt irgendwie sie ein bisschen schicker aber ich denke mal wenn sie mir gefällt werde ich dann auch irgendwann vielleicht noch mal sagen so als zweit uhr vielleicht noch mal die meiko dann kann man die uhr natürlich auch noch mal schön vergleichen wie das lumen bei der uhr ist also das leuchten in der dunkelheit das werden wir dann später auch noch mal probieren und testen ja also ich meine bei der alten uhr die hatte im prinzip gar keinen lumen wenn man so will die hatte nur eine komische birne eingebaut und da freue ich mich auch schon drauf weil ich mag es auch mal in der dunkelheit irgendwo zu stehen und auf die uhr zu gucken und was zu sehen ja ja ich würde sagen der akku oder das akku von dem kamera lässt langsam ein bisschen nach dass ich die uhr jetzt erst mal stelle können die grad noch mal hier vorsichtig vom kissen runter holen dass nichts passiert so wissen wieder da rein was haben wir denn ja noch haben wir denn hier noch was ist denn das ein kleines schildchen mit orient schriftzug der ist auch so ein bisschen erhoben und was ist dann was auf der rückseite naja da könnt ihr noch mal die eigentliche hersteller nummer die artikelnummer sehen modellnummer er so sieht die uhr aus so viel erst mal zum eigentlichen optischen hier vielleicht doch noch mal das band sieht auch sehr ordentlich aus ist auch gut gesichert und ich werde die uhr jetzt erst mal startklar machen das heißt ich werde die uhrzeit stellen und so weiter und so fort werde erstmal gucken wie das funktioniert und dann sehen wir uns gleich noch mal im anschluss wieder wo ich euch das noch mal ein bisschen genauer zeigen werde wie schnell doch die zeit vergeht ja mittlerweile sind sechs wochen ins land gegangen eigentlich wollte im anschluss an den letzten part ja noch ein paar tränen mit den features und den einstellungsmöglichkeiten der leuchtkraft der uhr bei nacht und so weiter aber ich habe mich entschieden ich mache das dann nach der eigentlichen testzeit erst damit ich alles schön unter einen hut bekommen also das fazit bekommen die direkt im anschluss ich habe jetzt wirklich durchgängig sechs wochen die uhr getragen und wenn ich durchgängig sage meine ich durchgängig also sei das tagsüber zur arbeit gewesen oder wenn man unterwegs war oder beim duschen oder beim schlafen ganz egal also ich bin generell jemand der die uhr permanent trägt ja und dementsprechend bekommt ihr jetzt auch wirklich dann im fazit noch mal was zum allgemeinen tragen der uhr gesagt und natürlich auch wie die abnutzung oder nicht abnutzung in der zeit ist aber dazu später mehr es gibt generell einen großen kritikpunkt bei der uhr den werde ich euch dann auch noch mal erläutern kommen wir erst mal hier zu einem kleinen vergleich noch zwischen der casio uhr und der orientuhr man sieht hier schon beim uhrengehäuse das macht sich nicht wirklich viel von der größe her finde ich jetzt persönlich was natürlich jetzt hier bei der casio uhr ein bisschen schlechter ist das ist das glas das ist reines kunststoff das verkratzt auch wirklich sehr schnell im gegensatz zur orientuhr da haben wir ein mineral glas das ist jetzt zwar auch nicht dass ich sag mal ultimo für viele viele sagen muss man saphir glas nehmen das wird am stabilsten dann auch sein und das gibt kaum kratzer und so dazu aber dann auch noch mal später mehr also wir haben jetzt hier ein mineral glas verbaut was auch sehr kratzresistent sein soll wie ihr seht habe ich auch mittlerweile das nato armband hier an der uhr angebracht und das edelstahl armband hat sogar noch die folie drauf das heißt ich habe das auch tatsächlich gar nicht erst getragen weil ich mir dachte naja gut okay das nato armband ist leichter das jetzt gemütliche auf dem arm das ist nicht ganz so schwer macht die uhr vielleicht auch noch mal ein bisschen schlanker wenn man es mal jetzt hier mit einem edelstahl armband vergleicht ist wahrscheinlich so ein bisschen eine eingebungssache also ich persönlich finde einfach es steht der uhr irgendwie ja es sieht sportlicher aus ja und es ist halt diese sache der etwas leichteren tragweise was mich dann so ein bisschen dazu motiviert hat dieses armband anzubringen das war auch gar nicht großartig schwer da gibt es wirklich auch schöne tutorials wie man sowas wechseln kann auf youtube da braucht da im prinzip nur einen kleinen schraubenzieher und ein bisschen fingerspitzengefühl dann klappt das ganz gut da einfach vielleicht mal auf youtube suchen wenn da jemand wissen möchte wie das geht ja vielleicht sei noch mal hier zum eigentlichen ursprünglichen original edelstahl armband was gesagt das mache ich auch gerade mal ein bisschen größer das hat einen band anstoß von 22 millimeter das ist wichtig für diejenigen die sich tatsächlich ein nato armband holen möchten der band anstoß ist im prinzip hier diese breite vom armband wenn man so will was gefällt mir persönlich sehr gut an dem armband das ist die tatsache man arbeitet hier sowohl mit mattem als auch mit glänzendem material also ihr habt hier ich hoffe man kann es einigermaßen sehen diese kleinen ringe das ist hochglanz dann hat man hier matte flächen dann hat man wieder hochglanz wieder matt das ist auch in hochglanz gehalten haben wir auch noch mal den orient schriftzug schön eingelassen das ist auch eine schöne sache also man kann wirklich wenn man auf solche armbänder steht absolut auf so ein armband dann auch zurückgreifen und muss kein nato armband zwang zwingend nehmen oder es gibt da noch glaube ich kautschuk und keine ahnung sulu gibt es glaube ich noch armbänder da könnt ihr euch ja dann noch mal informieren wer da vielleicht noch mal gerne was anderes hätte ja das vielleicht mal zum armband an sich kommen wir gleich noch mal kurz auf die uhr zu sprechen also die uhr ist wie gesagt eine automatik uhr ich tue jetzt gerade mal die alte uhr weg vorher zeige ich euch vielleicht noch mal hier ganz kurz was ich meinte mit kratz empfindlichkeit bei kunststoff glas ja ich hoffe man kann es hier einigermaßen erkennen also das ist schon wirklich sehr extrem verkratzt teilweise sorry falls es nicht ganz so sauber ist ich habe es jetzt nicht gesäubert vorher aber es ist auch wirklich schon sehr stark verkratzt so die weg ich mal beiseite das armband tun wir auch mal beiseite das brauche ich jetzt im moment auch nicht das sind übrigens hier noch mal die verschlüsse wo die ja die uhr an sich eingehängt wird so kommen wir mal auf die uhr jetzt an sich noch mal zu sprechen und zwar haben wir jetzt bei der uhr hier noch mal verschiedene zusätzliche features integriert das ist zum einen hier die lunette die steht jetzt übrigens nicht auf standardmäßig 12 uhr hier oben ja also da habe ich schon mal dran rum gedreht testweise eben auch noch mal probiert dass da auch wirklich noch alles funktioniert deswegen ist jetzt auch wieder verstellt die uhrzeit ist auch nicht mehr richtig eingestellt die habe ich jetzt mal so eingestellt damit man hier zum beispiel auch sieht dass die uhr bis zu 200 meter tiefe im wasser benutzt werden kann ja da war nämlich vorhin der zeiger im weg sieht man hier auch schön den wochentag und das datum also ich habe die uhr in der dusche getestet da ging das einwandfrei wie das jetzt mit 200 meter tiefe aussieht weiß ich nicht kann ich euch nicht sagen ich gehe aber mal davon aus dass das alles absolut im rahmen läuft ja wir haben wie gesagt ein automatik uhrwerk verbaut typ f 69 wir haben einen sekunden stopp verbaut das heißt wenn ich die uhr jetzt stellen möchte das wirklich auf die sekunde genau machen nach funkzeit dann kann ich das mit der uhr ganz gut machen das zeige ich euch auch gleich noch mal kurz und der handaufzug ist halt auch eine schöne sache ich persönlich habe noch nicht gebraucht die uhr geht wirklich absolut sehr genau auch nach sechs wochen also ich musste da nichts nachstellen wie gesagt ich trage sie halt täglich 24 stunden und die lief bisher wirklich ich habe zwar noch mal nachgeschaut bevor ich dran rumgestellt habe wirklich noch sehr gut in der zeit das sind vielleicht schon ein paar sekunden die gefehlt haben aber man liest manchmal so horror stories 20 sekunden pro tag und so also ich sage mal wenn das vielleicht ein zwei sekunden pro tag sind ist das absolut in ordnung und ich glaube auch nicht dass es bei ihr jetzt mehr waren ja vielleicht erst mal zur lunette ich kenne mich mit lunetten nicht jetzt zwangsmäßig aus ich bin kein taucher die brauchen halt taucher hauptsächlich und die kann man halt hier in einem raster von 120 drehen das heißt ihr habt eine umdrehung von 120 stück im prinzip also 120 raster punkte ich mache das mal gerade hier also man hört es auch irgendwann seit wieder auf 12 uhr geht für meine eigene empfindung vielleicht ein bisschen schwer ich weiß nicht aber vielleicht muss das so sein deswegen also ich berechnet nicht als negativ ja vielleicht ist das ja richtig so die uhr ist an sich auch wirklich sehr schön ablesbar und wir haben eine krone die wirklich sehr fest sitzt also ihr müsst auch wirklich ziemlich dran drehen dass die locker wird wenn er so richtig zuschraubt das ist natürlich auch wichtig sonst trinkt wasser in die uhr ein ich mache die jetzt mal los ich hoffe mal dass das einigermaßen gut klappt damit ich euch jetzt dann auch nochmal zeigen kann wie das mit dem stellen funktioniert so die drehen wir praktisch gegen den uhrzeigersinn lose dann lässt die sich auf verschiedenen positionen rausziehen also ihr seht das hoffe ich dass die jetzt ein bisschen weiter draußen steht jetzt habe ich sie zum beispiel auf der endposition stehen und jetzt steht auch gleichzeitig der sekundenzeiger auf ja ich sag mal 15 sekunden in etwa hat den vorteil wenn ich jetzt weiß okay wir haben jetzt meinetwegen 12 uhr 44 und 30 sekunden dann stelle ich jetzt halt die uhr auf das war falsch rum auf 12 uhr 45 so in etwa ja so und jetzt warte ich jetzt gucke ich dann auf meine funk uhr die halt vielleicht neben mir steht oder so und irgendwann schaltet dann der sekundenzeiger bei der funk uhr auf 0 0 um ja dann habe ich exakt 12 uhr 45 und dazu zu dem zeitpunkt drücke ich dann einfach hier einmal ein stück rein und dann läuft der sekundenzeiger automatisch weiter und dann habt ihr die exakte uhrzeit wie ihr die braucht sofern die uhr immer in bewegung ist ja kann es durchaus auch sein dass ihr da gar nicht großartig viel einwüst an zeit das kommt immer auf die uhr an ja also bei ihr ist das wirklich meiner meinung nach optimal gelöst dann haben wir hier noch die möglichkeit ich hoffe man sieht das auch wirklich datum einzustellen plus wochentag die uhr hat leider jetzt hier das problem dass wir hier kein deutsch haben also wir haben hier ich weiß nicht was das ist ob das spanisch ist oder französisch noch dabei und englisch ja also englisch ist für meine einer dann perfekt geeignet aber ihr könnt halt hier jetzt die uhr hier nicht direkt auf deutsche sprache stellen das geht leider bei diesem modell jetzt nicht ich weiß nicht ob es das bei dem modell überhaupt gibt oder ob das eine glückssache ist wie man die uhr halt bestellt das ist der zweite schritt den ihr einstellen können dann müsst ihr praktisch hier nur diesen knopf einen schritt nach innen drücken und wenn ihr den dann noch einen schritt nach innen drückt also den letzten schritt damit könnt ihr dann die uhr aufziehen ich mache das mal gerade ich hoffe man hört also es hat ein ganz leichtes radder geräusch daran merkt ihr jetzt okay ich stelle mir jetzt über den handaufzug die uhr neu ein ich kann mal gerade gucken kriege ich gerade den kriegen gerade nicht zu fassen jetzt so kann ich mal versuchen euch noch zu zeigen wie das mit dem wochentag beleuchtung gefällt mir gerade nicht so wie das mit dem wochentag und dem datum funktioniert ja also man sieht es glaube ich ja also einmal in die richtung könnt ihr halt das eine und wenn ihr in die andere richtung dreht das andere verändern also im uhrzeigersinn verändert ihr praktisch den wochentag und in die entgegengesetzte richtung vom uhrzeigersinn verändert ihr das datum dementsprechend also es ist wirklich nicht schwierig einzustellen mach das jetzt mal wieder zu das heißt ich drücke die krone wirklich fest an an das gehäuse damit die greift und lässt die sich zuschrauben so ich glaube sie sitzt fest genug ja so mal gerade ein bisschen andi schmeißt wieder alles um hier mal gerade ein bisschen drüber wischen das ist auch noch so ein bisschen schade dass das glas natürlich sehr schnell ähm ja anläuft oder fingerabdrücke zeigt etc ähm was sei noch gesagt vielleicht noch eine kleinigkeit zum lumen bei nacht also die uhr hat wirklich auch finde ich eine sehr schöne darstellung in der dunkelheit ich mache jetzt mal hier das licht aus wohlbemerkt mein monitor läuft noch das sieht man links ein bisschen noch durchschimmern macht aber nichts man sieht trotzdem genug ja und je nachdem wie lange da natürlich sonne drauf strahlt ich kann gerade noch mal mit der lampe drüber gehen dass hier wirklich richtig schön jetzt alles licht aufgefangen hat so und so sieht das ganze bei nacht aus und unten zum beispiel bei ja ich sag mal circa sechs uhr seht ihr jetzt den kleinen grünen punkt das heißt die lunette ist jetzt im prinzip fast genau um 60 schritte gedreht worden also eigentlich ist dieser kleine punkt oben bei 12 uhr ja also wenn ich die jetzt noch mal 60 mal oder meinetwegen 61 mal oder was weiß ich drehen würde wäre die wieder optimal eingestellt also normal ist dieser punkt direkt oben ja muss man nicht kammern ja das vielleicht auch noch mal dazu ansonsten wäre das eigentlich schon alles was ich euch irgendwie zeigen könnte mir fällt jetzt im moment auch tatsächlich nicht mehr ein vielleicht eine sache noch wir haben hier bei der uhr eine reserve eine gangreserve von 40 stunden vielleicht auch noch ein bisschen drüber das heißt wenn die uhr jetzt irgendwo liegt und nicht in benutzung ist läuft die natürlich eine zeit lang weiter ist ist bei einer automatik aber nicht so dass die permanent läuft das heißt irgendwann bleibt die stehen ja aber 40 stunden sollte das eigentlich auch ohne irgendeine bewegung funktionieren danach müsst ihr natürlich dann wieder schütteln oder manuell über den handaufzug aufziehen dann läuft die uhr natürlich auch weiter als sie braucht keine batterie ihr braucht keine sonne also kein solar damit die uhr funktioniert sondern das ganze funktioniert tatsächlich über bewegung oder den handaufzug ja ich denke mal wir haben jetzt alles was zu sagen war auch gesagt ich hoffe ich habe nichts vergessen und kommen wir vielleicht noch zu einem schluss fazit die uhr selber wirklich super modell also gefällt mir sehr gut gefällt mir wirklich sehr gut was mir auch sehr gut gefällt ist hier dieser wie gesagt blau schimmer effekt je nachdem wie man die uhr hält ja also gerade draußen in der sonne sieht das natürlich echt genial aus sie sitzt super stabil auf der hand auch mit nato armband das ganze wird ja hier unten so durchgezogen ja also das ist auch doppelt gesichert hier durch diese klammerchen sie läuft sehr genau wie gesagt ich konnte überhaupt nichts feststellen jetzt in den sechs wochen dass da irgendwie vehement irgendwas von der uhrzeit her nicht mehr gestimmt hätte und ja gut preislich ist das sage ich mal jetzt zwar noch okay aber für den negativpunkt den ich gleich noch nennen möchte finde ich es ein bisschen schade dass der preis dann doch nicht vielleicht noch ein bisschen niedriger ist der negativpunkt ist nämlich für mich tatsächlich das mineral glas muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß nicht ob es jetzt schon irgendjemand gesehen hat die uhr hat jetzt in den sechs wochen obwohl ich die wirklich sehr 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 vorsichtig benutzt habe schon einen doch recht ansehnlichen kratzer unten im glas jetzt will ich mal gerade schauen wo ist mein kuli ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen hier unten in der ecke ja da ist jetzt schon ein kratzer vorhanden und die uhr hängt bei mir eigentlich standardmäßig sogar unter dem pulli also da dürfte eigentlich gar nichts passieren kann mir nicht erinnern dass ich irgendwo angestoßen wäre oder ähnliches aber trotzdem ist hier in der gegend schon ein wirklich recht auffälliger kratzer gut mich stört jetzt nicht zwangsmäßig beim draufschauen aber ich finde es halt gerade bei dem preis den ich für die uhr bezahlt habe ein bisschen schade ich meine der verkäufer kann da nichts für es war auch kein kratzer vorhanden ich habe das noch mal nachgeschaut bevor ich sie dann getragen habe aber ich finde das halt ein bisschen schade dass orient nicht vielleicht doch mal drüber nachdenkt und setzt da vielleicht doch irgendwie schon vom werk aus saphir glas ein ich weiß jetzt nicht ob saphir glas wirklich sonderlich viel bringt ihr könnt das gerne mal in die kommentare schreiben aber dann bezahle ich lieber noch mal einen kleinen aufpreis von 20 oder 30 euro mehr für die uhr für das modell ja und habe dann aber die uhr gleichzeitig noch mit saphir glas ich sehe halt auch nicht ein dass ich dann für die uhr wegen saphir glas vielleicht 50 60 euro mehr bezahle aber ich denke einfach mal man bekommt das vielleicht doch hin dass hier irgendwie noch ein saphir glas modell mit angeboten wird oder ähnliches ja ansonsten wie gesagt meine empfehlung ich sag mal so ich gebe für dieses modell in diesem format hier von drei möglichen häkchen zweieinhalb ja muss ich leider machen wegen dem glas das ist für mich leider nachteil ansonsten funktionsweise und so weiter funktioniert wirklich einwandfrei bei der uhr wenn euch das jetzt nichts macht dass da vielleicht doch mal ein kratzer ins display kommt ins ins glas kommt display sage ich schon da bin ich wieder beim pc da gelandet ins glas kommt dann könnt ihr euch ohne irgendein problem ohne irgendwie angst haben zu müssen euch da was falsches zu kaufen die uhr holen seid euch aber darüber im klaren dass mineral glas wohl doch noch ein bisschen anfälliger ist als saphir glas denke ich mal ich habe noch nie saphir glas gehabt ich hatte noch kein mineral glas aber ich finde es ein bisschen enttäuschend dass nach sechs wochen schon so ein kratzer da unten im glas ist vor allen dingen wenn man bedenkt das ist eigentlich ein weihnachtsgeschenk an mich wir haben noch nicht weihnachten und ich habe jetzt schon einen kratzer drin ist halt so ja gut ich hoffe es war wieder mal ein bisschen interessant hat euch was gebracht ich habe hier schon wieder päckchen stehen mittlerweile nach sechs wochen die werde ich jetzt dann auch die tage mal irgendwann wieder auspacken und für euch dann vorstellen ich bedanke mich fürs zusehen und wem es gefallen hat der kann ja gerne wieder mal einschalten bis dann und macht's gut leute tschüss